Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin eure Lara und im heutigen Video möchte ich nochmal kurz auf Trading und Warding eingehen, bzw. auf die Lane im Detailliert, damit ihr versteht, wie das gemeint ist. Ich nehme es auch gleich im Anschluss auf, wir haben jetzt hier mal ein Laning Matchup. Ash, Set, Botlane gegen Cog'Maw, Garlio und für alle die, die nicht Botlane spielen, die Botlane wird im Wesentlichen beeinflusst im Early Game durch den Support. Das heißt, der Support gibt meist vor, wie man eine Lane spielt und der ADC muss sich so gut wie möglich anpassen. Klar, wenn zum Beispiel man einen Champion hat, der super All-In kann, also einen Supporter und einen ADC, der das gar nicht kann, dann All-In man natürlich nicht. Man muss halt so einen gemeinsamen Nenner finden, deswegen gibt es immer so Botlane-Synergien, die sind sehr entscheidend. Trotzdem würde ich euch davon abraten, nach Synergien zu picken. So, denn, ja, das macht nicht oft nicht so viel Sinn. Denn die meisten Champions können eh alles irgendwie, Cog'Maw ist da so ein bisschen eine Ausnahme. Aber, wir wollen uns mal anschauen, wir machen jetzt mal eine Laning Matchup-Analyse. Und, wir wollen uns angucken, was sind die Stärken von Zed. Zum einen hat er einen Gap-Closer mit Hex-Flash und Knuckle-Down aus seiner Q, kann er relativ easy Gap-Closen, also wenn er engagen möchte. Wenn er dann Hex-Flash-Traption mitnimmt, was sie eh die meiste Zeit nimmt, dann Hard-CC, wenn halt er zwischen Minions und Champions steht, dann kann er mit seinem Face-Breaker, also mit seiner E, halt die ranziehen und Stun. Dann hat er auch ein bisschen Sustain-Durability mit seiner Passive-Pit-Grid und seiner MW-Haymaker. Und hat er halt auch dieses Riesenschild, hat auch Scaling-Sustain, je nachdem wie viel Schaden er hat, bekommt. Also er kriegt ja Hellfrag, je nachdem wie hoch sein Pit-Grid ist. Genau. Dann hat er noch ein Auto-Attack-Reset und damit kommt auch Early-Game-Burst auf der Q, auf Knuckle-Down, das macht ihn sehr stark in den Early-Level. Ich denke mal, jeder, der gegen Zed gespielt hat, weiß das. Nach Level 6 haben wir Insekt-Potenzial und Max hat hier Damage mit der Ultimate, mit Showstopper. Und der Key-Spell ist sein Face-Breaker, dieses Randziehen, die E. Und das hat einen 16-sekündigen Cooldang für Level 1 und geht dann runter bis 10 Sekunden. Das sind so Sachen, die muss man einfach mal auswendig wissen, vor allem, zumindest gegen die Meta-Champs, damit man weiß, um den Key-Spell herumspielen kann, wie lange das dauert. Das ist halt bei jedem Champion anders. Sein Trading-Pattern ist normalerweise, er hexflasht rein, macht Q, um halt eventuell, also eventuell hexflasht er, manchmal hat er es ja nicht, Q dann, um Movement-Speed zu bekommen, macht dann E mit den zwei verstärkten Auto-Tags von der Q und macht dann Flash-Ult zurück. Oder halt er ultet einfach, wenn er kein Flash hat. Hat er ja nicht, wenn er hexflasht. Und dann macht er noch seine Wehe am Ende von den ganzen Trades, natürlich noch Auto-Tags dazwischen, wenn er kann. Und wenn der Trade halt vorbei ist, oder er eben als Schild braucht, weil die Gegner irgendwie Spells auf ihn drücken, dann macht er weh. Er kann auch erst Q machen, auf den Gegner drauf rennen und dann E. Er kann auch erst E machen, wenn die Gegner quasi schon in seiner Reichweite sind, mit hexflasht E. Dann macht er Q zwei Auto-Attacks, die verstärkten Auto-Attacks. Dann macht er Auto-Attack, Q, Double-Auto-Attack. Das heißt, er will eigentlich immer mit der E engagen. Kommen wir zu Ash. Ash hat viel Poke und Range mit der 650er Auto-Range, ihrem Frost-Shot und dem Volley. Kommt da ganz gut Poke rum, hat auch Chase-Potenzial dank Frost-Shot. Durch den starken Slow und vor allem auch den Bonusschaden, den Frost-Shot bringt, also die Passive, ist das gut möglich. Sie hat mit ihrem Rangers-Focus, als der Q, einen Auto-Attack-Reset. Man muss aber bedenken, dass sie das erst hochstacken muss. Gute Ashs stacken das dann schon in der Wave. Zudem gibt es noch Vasion-Setup mit dem Hawk-Shot. Das heißt, Sie brauchen nicht unbedingt Wischen. Sie können, bevor Sie engagen, also bevor Sie den Engage planen, können Sie ihre Eben nutzen und dann engagen. Wenn Sie sehen, dass keiner kommt. Nach Level 6 hat sie sehr viel All-In- und Catch-Potenzial, dank des Enchanted-Crystal-Arrow, der ja einen bis zu 3-sekündigen Stun bringt. Eine der härtesten und längsten CC-Formen im Spiel, ich glaube vielleicht sogar die längste. Ja, ist es. Und ihr Key-Spell ist Ranger-Focus. Der hat zwar nur 4 Sekunden Cooldown, aber man muss halt 4 Auto-Attacks danach noch machen, um halt das hoch zu charge. Das heißt, Sie haben hier locker so 8-10 bis 10 Sekunden. Genau. Das darf man nicht vergessen. Also, sie hat keinen wirklichen langen Cooldown Key-Span. Gleiche Ult, aber Ult ist kein Key-Span. Ihr Trading-Pattern ist normalerweise, wie erwähnt, sie sucht mit E nach dem Gegner. Drückt dann W, um den Gegner zu slowen, Auto-Attackt ihn dann zweimal, drückt dann eventuell Ult, macht weitere Auto-Attacks, procgt damit Lethal-Tempo, procgt danach Lethal-Tempo nach der Ult und Auto-Attackt dann nur noch. Und dann, wenn die Cue-Ready ist, machst du noch einen Auto-Attack, drückst dann Instant-Cue, um den Auto-Attack-Reset zu kriegen. Relativ schwer auf dem ADC, weil die relativ hohe Attack-Speed-Werte haben, aber ist möglich. Und dann Auto-Attackt man den Gegner down. Sobald man die Cue-Ready hat, macht man einen Auto-Attack-Sofort-Cue für den Reset, quasi mehr oder weniger gleichzeitig, und dann nur noch Auto-Attacks. Also, Ash ist halt W und Auto-Attacks mehr oder weniger, und halt vielleicht nochmal eine Ult dazwischen. Kommt jetzt Galio. Galio hat natürlich auch Gap-Closing mit seiner E- und Hex-Flash, wenn er es mitnimmt, mit Justice Punch. Und er hat Hard-CC mit Shield of the Red und Colossal Smash. Also, äh, nee, äh, sorry, ähm, mit Shield of the Red und Justice Punch, nicht Colossal Smash. Das steht hier falsch, nicht die Passive. Die Passive macht kein CC. Also, mit Justice Punch willst du, du willst normalerweise rein-ehen, den Gegner knock-upen, und dann halt, hast du schon mal CLC drauf, dann machst du, dann machst du halt dein Shield of the Red, hast du da nochmal CLC. Also, relativ lange CLC-Chain. Also, eine gute Durability gegen AP-Champs, sehr, sehr, sehr ähnlich, äh, zu, oh man, jetzt habe ich hier noch die Spells von Zett drin. Ich denke mal, ihr wisst genau, was ich meine, mit Shield of the Red und dem, und der Passive, also Colossal Smash, hast du da relativ viel. Äh, hast mit Colossal Smash auch schnell ein Wave-Clear, was du schnell abhauen musst, und mit Shield of the Red hast du halt super Engage und Disengage, also sehr ähnlich auch zu Zett, tatsächlich. Mit Level 6 hast du dann noch Follow-Up und Save-Potenzial, sowie globale Presence, da musst du dann das ganze Team auch aufpassen, das ist wichtig zu wissen. Äh, Key Swell ist seine W, Shield of the Red hat 18 Sekunden, cooler Flat, ähm, und ja, das, da musst du halt rumspielen, als Key Swell. Das Trading Pattern ist, dass du mit Hexflash, äh, und Ult meist rein, äh, reinkommst. Manchmal muss man nicht mit Ult, wenn man quasi daneben steht, macht Ult nicht so viel Sinn, aber meist willst du, dass irgendwer Engaged, und dann drückst du Ult, ähm, und wenn du halt in Range bist, machst du einfach Hexflash, dann, um halt ranzukommen, machst dann noch eine E und den Gegner zu Knock-Up, machst dann den Auto-Attack, das machen viele nicht, denn der, denn die passive, was so verstärkte Auto-Attack ist, hat, äh, 5 Sekunden Cooldown. Dann machst du den Auto-Attack, machst danach deine W, ähm, und dann hast du erstmal so 2-3 Sekunden, machst dann noch eine Cure, und dann machst du noch, wenn dein Auto-Attack wieder abkommt, den Auto-Attack. Das machen viele nicht, viele machen, keine Ahnung, machen eh, W, Q, Auto-Attack oder so, oder, oder machen den Auto-Attack zu früh und bekommen dadurch nicht nur einen zweiten Passive-Proc ab. Das ist wichtig zu wissen, dass man da aufpassen muss, dass er nicht den, wenn er den zweiten Passive-Proc durchkriegt, ist ziemlich RIP. Ähm, sonst ist Galio auch nicht so effektiv, äh, vom Damage her. Kogmo, Kogmo hat, ähm, Super-Scaling mit seiner Corsix-Mittel, mit seiner, äh, ähm, Q. Ähm, hat er wunderbares Scaling, kann auch die gegnerischen Resistenzen damit shredden, das ist ganz wichtig zu wissen. Kann Early-Game auch All-In mit seiner Q und seiner W. Aber, das ist nicht so reliable wie, keine Ahnung, bei einer Ash mit der Ult, so. Ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Du kannst, hast zwar erhöhte Range und hast dann Burst von ein paar Attacks, aber dann ist, ist, ist eher so Poke. Und nicht so ein krasser All-In, wie wenn du jetzt Draven Leona allein spielen würdest. Er hat Disengaged mit seiner E-Void-Use und, Uzi, sorry, und kann damit auch die Gegner Sloan, kann es aber auch halbwegs zum Engagen nutzen, um halt seine Q besser zu treffen. Und er hat mit seiner Passive-Ikathian-Surprise, ähm, einen Execute. Beziehungsweise ist kein richtiger Execute, ist einfach True-Damage-Based-On-Level von Kogmo. Aber, ich denke mal, wisst ihr, was ich meine? Wenn man einen Closen-Fight hat in der Lame, der Gegner ist low, man kann auch nicht wegflashen oder was weiß ich, oder wegs-, was weiß ich. Kannst du einfach dann noch so den Return-Kill dir abholen. Jetzt, wo es irgendwie jeder Mobility hat, ist das nicht mehr so effektiv. Vielleicht gibt es da mal einen Rerog, man weiß es nicht. So, nach Level 6 haben die Artikel-Execute mit der Ult, denn die Ult macht Execute-Damage, Missing-Health-Schaden. Und halt Poke mit der Ult. Ähm, das kann man ein bisschen zum Poken benutzen, je nachdem, wie man Kogmo halt spielt. Der Key-Spell ist die W, also Bio-Arcane-Barrage. Das hat 17 Sekunden Cooldown, also doch relativ lange. Ich tue mal meine Cam hier hoch, damit ihr auch alles sehen könnt. Und das Haupt-Trading-Pattern ist E, Q, W. Du machst E, um den Gegner zu slowen, triffst dann deine Q auf den Gegner und dann wählst du los. Weil du tradest damit die Resistenz mit der Q und dann wählst du los. Wenn du siehst, die Q hittet schon, dann kannst du auch schon direkt, kannst, instant, machst Q-W. Äh, und während das noch fliegt, kann, fliegt dann schon dein erster Auto-Attack. Die Q kommt dann eher an und dein Auto-Attack macht dann schon den Schaden und du sparst dir sozusagen Zeit. Danach kannst du den Gegner noch weg-R'n, wenn er low ist. Oder wenn er nicht low ist, kannst du trotzdem mal R drücken. Immer einmal R drücken und dann, ja, warten. Ähm, das, die erste Team hat viel Engage-Potenzial. Super Engage und auch mit dem Slow kann man super Gegner downchacen, super stark. Und der Early-Game-All-In mit Level 2 ist, ähm, super stark, auch danach mit Level 3 noch. Also sehr stark mit Z, Q und, ähm, ähm, äh, und E hast du Gap-Closing und alles, was du haben willst. Die Kog'Maw-Galio-Lane wäre noch sehr ähnlich, hat auch einen guten Level 2 und, beziehungsweise Level 3, je nachdem, wann Galio W und E geskillt hat, All-In. Nicht so reliable, aber man kann dadurch guten Burst raushauen, wenn der Galio, wie erwähnt, seine zwei Auto-Procks rauskriegt und der Kog'Maw auch seinen Job macht und die ganze Zeit mit W draufhauen kann und vielleicht noch eine Q trifft vorher, dann kommt da auch gut Burst rum. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht von der, äh, von der Galio-Kombo und von der, ähm, Kog'Maw-Q treffen lässt. Und es ist halt, ab Level 6 ist es eine Farm-Lane, die Edge-Set-Lane ist dann eher eine Kill-Lane, weil du hast super Setup mit dem Arrow. Overall ist das halt eher so eine Disengage-Lane, weil hier wirst du eher disengagen, außer du kriegst halt mit Early mit Kog'Maw-Kill. Genau, also das dazu. Jetzt möchte ich noch kurz über, äh, Vision sprechen. Äh, dazu tue ich meine Cam wieder mal hier runter. Und Vision ist so ein Thema, das ist riesig. Das ist das, vielleicht sogar das größte Thema in League of Legends und kommt auch eher in Competitive so wirklich rein. Also, ist noch gar nicht mal so wichtig in Solo-Queue, aber es ist doch wichtig, die Grundlagen zu checken. Ähm, ihr habt ja euer Trinket. Das ist es, äh, ähm, dieses, äh, Yellow Trinket, nennt man es. Jetzt ist es einfach Totem, heißt es, glaube ich. Und das sind diese grünen Punkte. Und ihr seht auch, ähm, wann und wie die Wards geeignet sind, das sollt ihr nicht lernen. Das ist nicht die Aufgabe von Silver. Ähm, wichtig ist, dass ihr einfach an Kern-Wardspots oder überhaupt erstmal eure Wards irgendwo hinstellt, wo es sinnvoll ist. Hier seht ihr Wardspots, die geeignet sind. Wir reden, wir gehen hier davon aus, dass ihr Blue-Side seid. Also, diese Grafik basiert darauf, dass ihr Blue-Side seid. Wenn ich jetzt Red-Side-Bot bin, dann gelten für mich diese Spots hier. Dann gilt für mich die andere Seite, weil die Map ist halt gespiegelt. Deswegen, wenn ich Red-Side bin, gilt für mich genau die andere Seite. Also, ich denke mal, das ist relativ logisch. Und das sind die Wards, die ihr in der gegnerischen Hälfte platzieren wollt. Und das sind die, die ihr in eurer Hälfte platzieren wollt. Und es steht auch hier nochmal dabei, wann. Ähm, das heißt jetzt nicht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt euren Tier 2 verloren habt, ähm, das sind nur Death-2-Wards. Also, hier ein, hier ein und das war's. Ihr könnt auch die anderen, die Death-1-Wards stellen. Die kann man auch stellen. Aber, ähm, das sind die Kern-Wards sozusagen, die am empfehlenswertesten sind. Man kann aber ganz anders warden. Aber das ist so der Kern, wo man warden sollte. In League. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch mit dem so ausführlich beschäftigt. Das werden wir uns in Gold-Italierter ansehen. Und da werden wir diese Grafik auch nochmal aufgreifen. Das war's aber mit Silver. Und jetzt geht's natürlich dann in die Wards rein. Ich bin sehr gespannt, was wir da für tolle Wards haben werden. Und dann sehen wir uns, ähm, morgen wieder. Mit einem, ähm, Silver 4 VOD. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da bekommen. Und inwiefern schon die Sachen umsetzen können, die wir hier stehen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und tschüss.